Hallo zusammen, ich wollte euch heute nur ein ganz kurzes Update geben wegen meiner Frisur und zwar hatte ich die an den Seiten hier so ein bisschen länger. Das hat sich jetzt aber so rausgewachsen, dass das nicht mehr so gut gestylt werden konnte. Hinten waren sie dann auch was länger und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen noch mal ein Stückchen abzuschneiden. Ihr seht das rosa ist auch so gut wie raus. Vielleicht mache ich demnächst noch mal was rosa rein, weiß ich aber noch nicht genau. Und ja, wie gesagt, jetzt sind sie wieder mehr blond und den Seiten sind sie halt so schön kurz und ich drehe mich mal. Moment, wo kriege ich das hin? Von hinten sieht es so aus und hier kann ich jetzt auf jeden Fall auch wieder besser hoch stylen. Das gefällt mir eigentlich direkt wieder besser, weil sonst hat es irgendwie nie so ausgesehen mehr da hinten. Weil das hinten, die konnte ich auch nicht hoch stylen. Ich style meistens so ab hier die Haare nach oben. Und ja, jetzt gefällt es mir halt wieder deutlich besser. Und ich werde wahrscheinlich auch noch mal, denke ich, rosa machen, weil das wächst sich ja auch schnell raus. Und ja, ich überlege mir vielleicht auch mal, ob ich die mal anders style als oben. Mir ist jetzt noch nichts großartig eingefallen, wie ich das noch machen könnte. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp oder könntet mir mal vorschlagen, wie ich die noch stylen könnte. Ihr habt ja in dem einen Video gesehen, dass ich die auch schon mal so flach nach unten hatte, so seitlich. Und ja, schreibt mal irgendwas drunter. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Also ich finde es wieder viel stylischer als vorher. Weil, also das war, wie es vorher aussah, hat mir auch gut gefallen. Aber jetzt, dadurch, dass sie wieder ein Stückchen gewachsen sind, ist der Effekt halt mit diesem Undercut nicht mehr so gewesen. Und jetzt finde ich es wieder besser. Also macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao!